Wenn ich die Augen schließe, kratzen sieben Federn über das Papier. Mir ist, als säßen sieben Mäuse in der Wand. Wenn der Krieg vorbei ist, werden wir anders leben als bisher. Du hast meine Briefe gelesen. Ich hab sie auswendig gelernt. Ah! Ich liebe dich und ich will, dass die ganze Republik das erfährt! Ruhe hier da drüben! Schut! Karol und Katharina sind nebenan. Kanälen! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Was ist mit deiner Oper, Pavel? Die heißt Der Jüngste Tag. Und ist nach einem Stück von Horvath. Das ist ein Ungar, den auf der Champs-Élysées der Blitz erschlagen hat. Denrip-istä Tag. Der Jüngste Tag. Ich bin, dass du das in die Zeit für die Fahrt gut man hat. Und ich ich bin, es profile. Ich bin mit einem guten Tag. Und ich bin, es ist in der Zeit für das Schuss, auch ich bin. Und ich bin, es ist in der Zeit für die Schuss, der instability- undisiske Pflanzung des Apostelungsmaßes der Welt. Vielen Dank.